haben wir das Gefühl das war ein und wenn er und wenn wir die Pfeilbombe oder so ich habe keine Pfeilbombe Problem ja wer hat das Ding geschmissen nicht ja das hat es nicht mal heilen ja vielleicht das kommt da alles aus dem der Grunde genommen Ende Boah er spritzt das Blut hehehe hehehe nicht aufs Cut verstehst du jetzt er spritzt das Blut da spritzt das Blut er blutet aber das Typ nicht er blutet aber das Typ nicht derzeit so ja was aber anders viel so da ist der Südsraum hey there is a dry safe room up here oh Gott sei dank so ich mach mal die Tür zu tüss ja genau lass mich draußen hehehehehe du bist wie ein Kunde hehehe du lässt mich draußen zum verrecken hey das gibts doch nicht hehehe ja ja genau kleiner kleiner Scherz ne jeder sich selbst den Niest jeder sich selbst den Niest hehehe 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 zusammen haben wir aber ne größte Überlebensshow ach ja ich war ja schon was dir aber völlig egal ist ich war ja schon im Schutzraum hehehe achso hehehe ich war ja schon im Schutzraum wo siehst du das also warum wirft jeder seine Waffe mit Laserpointer weg we gonna have to hunt that biker man down great thanks coach die bessere sind aus den normalen muss ich nicht verstehen oder ja beim Munizieren fahren du fast alle ist ah ne ach ja ja hab ich eben auch gesehen aber ja jetzt weil ich es gesagt habe ja genau ey da ist die Brücke huh da komm doch grad erst her haha die sind ja nicht hier die anderen tatsächlich wirklich gehen ich bin diese es will heißt hey ich bin ich bin hier behalte die die an der Entfernung der Generator warum sollen wir das machen bitte immer wieder nicht zusammen ist oder so er mit viel bis hier aus will ich die Prinzipien hoffen dürfen ja die Mikro zu sagen dann gehe ich hab mal alleine warum auch nicht und mit dem Sohn wird alleine gehen hören bis muss der Weg ist mit auch so er will ich mal eine Nader Schell steigt halt ein so schwer ist es nicht die Mordi durch den Tag bleiben noch mehr von ihrem Verlust erholen Kanister zum genaue Landort mit Benzin auch nur ein Benzin und neuen die Verteidigung sowas wie bei dem Auto der Freizeit in der Welt immer mehr man nicht vertreten immer mehr verteidigt diesmal immerhin die sind doch nicht so komm schon und ich dachte ich kann dich da verdammt so einer ist schon mal drin ah Boom hat mich angekotzt die KI macht wieder nix hier ja kennst du es anders ja ich sehe grad überhaupt nix was gern wo ich überhaupt hin muss da wir werden halt verteidigt immerhin das ist aber auch da wenn er lustig ist ja so müssen wir jetzt hier hoch ja super stehe ich im Eck und bin so gut wie tot ja wie ich frage mich wie ich frage mich ich frage mich auch wieso die KI hinterher läuft und die idea ja ja wir werden sich denken ich wollte doch alleine laufen und jetzt ich komm mal zu dir ja ich bin auf dem Weg zurück ich hab den G dabei aber da oben liegt noch ein Fenster habe ich gesehen ja ja hier liegen noch überall welche ist ja nicht so dass hier dass es hier nicht mangeln würde ich habe einen ich habe einen ich wieso ist die KI so blöd wieso rennt hier nicht ein bei mir und ein bei dir weil das die KI ist deswegen da es wird irgendeine Skripte gegeben was willst du denn hier hau dich jetzt K.O. mit einer blöden Benzin auf lag 6 von 16 10 noch warum 1 16 Stück das ist es doof der mein Tonin nicht immer ich würde nie noch mehr naja wenn du auf hart Spielschaubel sind es denn es ist 24 oder so ja vor ja auch schon sekt in ja sagt mir ein schnitzel her dafür zu den nieder umgammeln er tut er nix ja ja diese lab ford 1 typen mehr da ist ein tank wo du bist ja er wurde gut gesagt hat vorbeiläufe kurz vor der füllstation ja schon tot du kannst laufen der ist ja ja ich hole mehr benzin da auch mit der lady alles klar da musste noch 50 kilometer laufen bis zu beziehen können wieder zurücklaufen und wieder hin ja so ist das so wir wollen aber hat der aber du bist du nicht alleine da auch die auch ja ja ich bin schon Ja, ich bin so gut geduldet, das ist doch geil. Danke, du Chef, für nichts, übrigens. Danke für nichts. Doofe, kudo, doofe. Ich war, zum Glück war ich gerade in der Nähe. Gott sei Dank. Noch sieben Stück. Ah, Zombies aus dem Weg. Nein, Smoker. Ach, leck mich doch. Ja, ich kann ihn gerade. Ja, das kommen wieder alles, ja. Ich bin tot. Ja. Da habe ich wieder das, Möker. Ach, die haben die, die mich lieb. Ich komme auch nicht rechtzeitig hin, leider. Ekelhaft, das ist doch ist viel. Boah, ich will nicht auf der Reihe hier. Oh, Mann. So, ich lebe ja noch, vor wenigen Gründen, weil du alle abkriegst. Wie lange du das Benzin zusammenbekommst, ist alles okay. Ja. Gar, das ist ja schwer, ein Stress. Ja. So. Das ist so das große Manko an Left, von dem, was ich so hasse, dann immer diese Aushalt-Demissionen in jedem Kapitel. Ja. Und dann auch immer mit so astronomischen Zahlen, immer. Ich habe irgendwie so viel, hier läuft irgendwo ein Tank rum. Ja, bei mir. Ah, du läufst ja alle weg hier. Ah, du läufst ja alle weg, aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Ah, scheiße. Musikkai, Musikkai. Ich bin zwar keine KI, aber ich helfe trotzdem gerne. Ja, danke, ey. Und nochmal danke. Und nochmal danke. Meine Güte. Drei noch. Boah, man wird alles tun, dann. Das ist so dermaßen nervig. Ja. So. Da haben wir noch drei Benzin-Kamister. Ja, und ich bin gerade alleine unterwegs und ist nicht so gut. Ja, ich auch. Ich habe eine Benzin-Kamister. Du hast die beiden KI-Kollegen bei dir diesmal. Jetzt rennen sie bei dir hinterher und nicht bei mir. Aufzahlen können sie sich trotzdem nicht. Die Frage ist, nach welchem Prinzip läuft das bitte? Du Fall. Ich fach's da noch aus, ja. Hier geht's doch zu, ey. Wir haben den Volks jetzt. Oh. Oh. Das ist ja auch. Ja, Franz. Es wäre, wenn du was tun würdest, da oben. Wo. Der ist schon eine Baumbrechende Idee. Ich war dabei, ich bin schon mal. Aber da kam ich gesehen, dass die alleine da wäre. Das wäre nicht so eine gute Idee. Äh, zwei Smoke hintereinander. Oder wenn zumindest die anderen KI-Kollegen vom ersten Teil mitlaufen würden. Ja, so. Und dann erklärt. die fähigte ich brauche ich nicht das ist eine benzin schon wieder da oben auf dem dach ja hier oben kommst du da hoch ja ich werde ich werde runter ich werde runter ok 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 da habe ich mich erinnern die kreide auf der reihe da gebe ich mal ganz 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 schnell fertig ich habe den zweiten weg ok 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 noch unter 16 16 macht die brücke runter ja brücke geht runter so dacia ist da mit dem rücken zur wahn dann können sie kommen oh wo ewig ja das ist das ding jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch ein Ziel für das Auto oder das darf zum Auto komm 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 wir sind ein Rettungsfahrzeug unser Papermobil so jawoll jawoll das das wie die der wir die 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 hat ja was schlechter ist wahrscheinlich alle dreimal letzten missionen ja ja ich brauchte gelder mit galle brauchte keiner nachgangskills ja du bist ja ordentlich zugeschlagen war der einzige mit dem samuraischwert ja aber die frage ist wie viele zombies sind jetzt gestorben ein paar wären es gewesen sein diesmal jetzt mal so 1400 ja ich belebe keine wieder ein 21 prozent genauigkeit und es sind genau 1.128 zombies bei dieser filmproduktion gestorben ja das war es dann in dieser folge danke fürs zusehen bis nächstes mal so long leute ja 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 ja